2024, die Energien der Erde verändern sich. Was bedeutet das für dein Haus, für deine Wohnung, für deine Zukunft? Aber jetzt gehen wir jetzt mal praktisch vor und schauen uns das ganze Feng Shui an. Also es sollten 2024, wir sprechen von 2024, keine Renovierungen in bestimmten fünf Sektoren erfolgen. Eigentlich sind es ein bisschen mehr. Also wir sollten dort, sagt man, ist der große Jupiter und deshalb sollte man in Südost 1, Südost 3, Süd 1 bis 3, Südwest 1, West 1, West 2, West 3, Nordwest 3, keine größere Renovierungen machen. Also das bedeutet für dich, du kannst natürlich im Nordosten alles verändern, im Norden alles, im Osten alles, du kannst im Südwest 2 alles verändern. Aber besonders den Süden oder den Westen solltest du sehr, sehr auslassen. Wenn du was verändern möchtest, gibt es natürlich auch eine Sonnenformel, die man verwenden kann. Da brauchst du aber wirklich einen Feng Shui-Experten. Mein Tipp ist immer, dort anzufangen, wo eben nichts ist, zum Beispiel im Osten und dich vorzuarbeiten. Ja, wenn du zum Beispiel unbedingt was verändern möchtest im Südost 1. Und wenn ich jetzt von verändern rede, heißt es nicht, dass ich jetzt sage, du darfst jetzt keine Wand mehr streichen, sondern du solltest dann Veränderungen, zum Beispiel schwere Möbel rücken oder da Veränderungen bewirken. Das solltest du aufpassen. Lass uns nochmal das ganze Jahr anhand des Feng Shui überprüfen und anschauen. Wir schauen uns jetzt mal jeden Sektor an und dann werde ich dir erklären, was du in diesem Sektor verändern könntest. Also, das ist eigentlich, wir sagen, die Jahresenergie. Ja, und diese Jahresenergie sind eigentlich gar keine Zahlen, sondern das sind wieder diese Elemente, die du natürlich auch nutzen kannst und für dich nutzen kannst. Also, wenn du dieses Zeitmuster kennst, und da gibt es noch viel, viel mehr Zeitmuster, da wo du ganz genau erkennen kannst, oh, wenn ich da zum Beispiel etwas Besonderes hinstelle oder indem ich vielleicht einen Brunnen dort aufbaue oder indem ich vielleicht in diese Richtung blicke, kann ich meine Verbesserung für mich bewirken. Schauen wir uns mal den Ostsektor an. Beruflicher Aufstieg, sehr guter Erfolg und Ansehen, also am besten dort viel arbeiten, du kannst Brunnen dort platzieren, du kannst dich dort oft aufhalten, du kannst in diese Richtung blicken. Es fördert die Karriere, es kann gute Gedanken bei dir, du kannst Ziele dadurch erreichen. Ein Raum oder Bereich wird natürlich beeinflusst durch Aktivität. Also, je mehr du Aktivität in den Osten machst, zum Beispiel, wenn du einen Tisch dort hast oder in diese Richtung auch blickst, dann wirst du vielleicht nicht Plan A haben, aber vielleicht auch Plan B. Also, denn du weißt ja, durch die ganzen Veränderungen, die auf dich zukommen, brauchst du auf jeden Fall Plan B. Der Südsektor, dieser Sektor steht, der Südostsektor, genau, jetzt sehe ich es, der Südostsektor, der steht nämlich für Erfolg und Überfluss. Geschäftliche Aktivitäten werden auch aktiviert, was sehr, sehr gut ist in diesem Bereich, dass er auch mehr Standhaftigkeit ist. Es ist jetzt nicht so eine Energie, wenn man sagt, okay, da sitzt du jetzt und da machst du jetzt zum Beispiel einen Brunnen hin, dass der Erfolg gleich von heute auf morgen geht. Schritt für Schritt, ein bisschen langsamer, dafür auch bedachtsamer. Und das ist eigentlich ganz gut. Also, hier kannst du auf jeden Fall mehr Bewegung reinbringen, auch wieder in den Sektor schlafen. Das ist ganz gut, dich auf jeden Fall dort aufhalten. Der nächste Bereich ist die Mitte. Die Mitte, ja, ganz schwierig. Ich habe es ja vorher schon angedeutet. Was die Mitte so symbolisiert, bedeutet auch, dass Streit oder Stress sein kann. Also, das heißt, wenn du in der Mitte deines Hauses streitest, dann ist das natürlich gar nicht günstig für dich, wenn das kann sich dann nochmal hochwirbeln und man fängt gar nicht mehr an aufzuhören. Also, ich hatte einmal eine Beratung, das muss ich dir unbedingt erzählen, weil das war sehr, sehr interessant. Ich habe Pärchen beraten und bin mit ihnen durch das ganze Haus gegangen. Eigentlich hatten sie sich am Anfang sehr, sehr gut verstanden. Aber dann sind wir in einen Raum angekommen und die haben heftigst zum Streiten angefangen. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, ob wir uns nicht wieder in Ruhe hinsetzen wollen. Und genau da war diese Streitenergie drin. Und das war so interessant, weil kaum waren wir an dem anderen Platz wieder gesessen, war alles ruhig. Alle haben sich wieder verstanden und wir konnten wieder miteinander diskutieren. Also, das bedeutet aber auch, dass vielleicht sicherlich sehr, sehr viele Probleme sein werden im Reich der Mitte. Weil die Mitte, also das ist China, ist das Reich der Mitte. Also, man könnte das natürlich auch global sehen und man kann natürlich auch sehen, wo viele Probleme herrschen werden. Und das wird leider auch Europa sein. Da haben wir auch nicht so gute Aussichten. Und das ist natürlich auch sehr schade. Also, den Bereich unbedingt ruhig halten. Nicht streiten. Nicht keinen Brunnen aufstellen, bitte in die Mitte. Und ja, ganz, ganz viel Ruhe. Der Nord-West-Sektor steht für außereheliche Beziehungen. Also, aber er kann auch ganz positiv wirken. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel Single ist und unbedingt noch eine Beziehung haben möchte, dann darf es mal ein bisschen Bewegung dort haben. Denn, das heißt, manche Menschen sind sehr, sehr schüchtern. Und wenn man sehr schüchtern ist, dann kann man zum Beispiel auch mal eine Energie aktivieren, wo man eben aus sich heraus geht. Also, wir sagen, das ist so eine kleine Flirt-Energie, die sich da befindet in den Nordwesten. Das große Problem ist immer nur, wenn man in einer guten Beziehung ist, dann sollte man diesen Sektor ganz sicherlich nicht aktivieren. Denn es könnte dann auch sein, dass der Partner vielleicht dann doch in eine andere Richtung blickt. Und das haben wir doch gar nicht vor. Also, wirklich eher stillhalten. Und wenn du jetzt zum Beispiel Single bist, so kannst du dann doch mal vielleicht dein Liebesglück dort aktivieren. Da gibt es ja auch noch schöne Formeln bei mir auf meiner Webseite, auf FengShui.de, gell? So, jetzt haben wir noch einen Sektor, und das ist der Westsektor. Das ist die größte Problematik des gesamten Hauses, kann man sagen. Der Sektor gibt Unglück, Konflikt. Also, Räume sollten wirklich besänftigt werden. Es gibt viele Katastrophen. Der Westen, habe ich ja schon gesagt, Europa sieht auch nicht so prickelnd aus. Wir sagen, da ist immer diese gelbe 5. Unfair, so heißt die. Das ist immer so, es stagniert, es gibt Probleme, es gibt Auseinandersetzungen. Also, hast du jetzt dein Haus nach Westen ausgerichtet, so wäre mein ganz toller Tipp, auf jeden Fall Metall anbringen. Wir machen ganz gerne einen Volu dorthin. Es soll aber auch aus Metall sein, denn der bringt ja diese Energie wieder in Ballase. Bitte eben nicht renovieren im Westen. Auch wenn du ein Westhaus hast, solltest du im ganzen Haus nicht renovieren. Und besonders problematisch könnte es in den Monaten April, Juni und im Januar werden. Also, da muss man die Energien wirklich neutralisieren. So, der Nordosten, da sieht es auch nicht so ganz gut aus, also besonders in den Kopfbereich, weil, also wenn man dort zum Beispiel seine Küche hätte, in den Nordostbereich, dann könnte es sein, also dieses Jahr auch vermehrt Kopfschmerzen auftreten. Im Nordosten haben wir nämlich die Metallenergie. Und das ist immer nicht so günstig. Auch hier würde es heißen, Ruhe einkehren lassen, sich wieder besinnen auf die inneren Werte. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Yogi werden, aber manchmal hilft es schon, so in sich zu kehren. Also, viel Ruhe in deinem Leben bringen. Jetzt haben wir noch einen sehr wichtigen Sektor, das ist nämlich der Süden. Da gibt es eigentlich die Energie, wo wir sagen, eher Stress oder vielleicht Diebstahl. Also, ich hatte mal eine Studentin, die hatte auch solche Energien in ihrem Zimmer. Und wir hatten gerade die zeitliche Qualität des Feng Shui im Unterricht. und sie hat dann ihr Hausberinner gesagt, Petra, genau so war es in diesem Sektor, genau als bei uns eingebrochen wurde, war das so. Und ich habe auch schon viele Beispiele aus der Geschichte, konnte ich nachvollziehen. Und das war immer so, wenn dann Probleme waren, also zum Beispiel KDW oder so, dann war immer so eine Konfliktenergie, die wir jetzt momentan im Süden haben. Also, der Süden ist eher sehr konfliktrechtig. Hier wirklich sehr aufpassen, wenig Bewegung, wenig Aktion, Türen immer gut zusperren, ja, besonderes Augenmerk auf diesem Bereich haben. Und ja, auf jeden Fall gibt es ein Hilfsmittelchen. Man sagt, man soll Holzenergie in diesen Bereich bringen. Traditionell nimmt man dazu Bambus, drei Bambuspflanzen im Wasser. Ja, der Norden ist jetzt die Energie, das steht für Stockung. Der Norden hat keine guten Energien, also diese Energie, die wir dort haben, war also 20 Jahre sehr, sehr günstig, aber die zieht langsam ihre Energien zurück. Und wir benutzen dort immer einen Chilin, um diese Energie zu verändern. Den gibt es, nenne ich, wenn man so stagnierende Energie hat und der, ja, man sagt so traditionell klassisch, den Kopf immer streicheln, dann kriegt man ganz viel, ja, Bewusstsein oder sehr viel Geld zurück. Der Südwesten, die beste Energie des ganzen Hauses. Der Südwesten hat die beste, beste, beste Energie. Also alles, was du dir wünschst in deinem Leben, könnte in Erfüllung gehen, solltest du dein ganzes Haus danach ausgerichtet haben, solltest du in diesem Sektor schlafen. Aber, es muss die Grundenergie stimmen, ja. Also die Grundenergie ist immer sehr, sehr vorherrschend. Die brauchst du natürlich auch, gell? Und wenn du die Richtung weißt, ja, es gibt immer mehrere Richtungen, wenn du dich dann entschlossen hast, dann geh den Weg. Also das heißt, zöger dann nicht. Wenn es ein aus dem Herzen geleiteter, aus dem Bauch geleiteter Thema ist, dann wirst du sehen, was du bewirken kannst. Also am schlimmsten ist es immer, keine Entscheidung zu bleiben, zu stecken zu bleiben, nicht weiterzugehen. Ich freue mich sehr, wenn du meinen abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Danke, und bis bald, deine Petra. Nachdenúsica und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020